So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ihr seht schon, wir haben gestern ein bisschen Minus gemacht, was die Punkte betrifft, aber ich denke mal, heute geht es ein bisschen besser. Warum denke ich das? Ganz einfach, ich hoffe einfach, dass dieser Controller mich einfach weiterbringt. Einfach der neue Switch Pro Controller. Ich kann mir gerade einen Pro-Missionen-Reich reingucken. Bis nachher, der war, irgendwann habe ich ihn bestellt. Gestern. Gestern Abend noch bestellt, heute schon wieder da. Amazon einfach fest. Ah, USB-C Kabel. Wie gesagt, Grüße gehen raus an Schleuderachter. Der hat auf jeden Fall schon mal gesagt, er ist deutlich besser als gedacht. Oh ja. Fühlt sich echt in Ordnung an. Aber wir testen das Ganze natürlich jetzt gleich im Live-Team. Hier ist das Ding. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auch gleich rein. Wie gesagt, wer Bock hat mitzumachen, Mario Kart. Wie viele Leute haben wir jetzt eigentlich inzwischen? Achso, ne, du hast den richtigen Controller. Ja, das ist, wenn man zwei Controller in der Hand hat. Drei Leute sind schon online. Gerade mal so spaßeshalber gucken. Also die Liste wird langsam immer länger. Dulli ist online, der spielt Pokémon Legenden. Raptor guckt YouTube. Der wartet wahrscheinlich auf meinem Video. Und dann haben wir schon den einen oder anderen dabei. Also, wer Bock hat mitzufahren, einfach in den Livestream kommen. Kart 8 6. Link ist aber nochmal in der Videobeschreibung. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich und haut rein.